Euch ist bestimmt oftmals das viereckige Ding, das Ihnen aufgefallen ist. Und ja, es ist immer zugekleistert mit Posters von der Güljan, von Julian und anderen Bands und so. Aber das hat einen Zweck, nämlich wenn du das jetzt ganz genau anschaut, merkst du, dass es da einen Hebel hat. Und wenn man diesen Hebel anlangt, dann merkt man, aha, das ist ein Türklinken. Oder Türknopf oder was auch immer. Und das Ding, das habt ihr vielleicht auch nicht gewusst, das geht auf. Und wenn man es aufmacht, dann, wir haben es lange nicht mehr aufgemacht. Aber vor etwa vier Jahren, als Joyce angefangen hat, haben wir zwei Herren Kahl rasiert an den Händen gestellt. Und ja, wir wollen mal schauen, was mit denen passiert ist. Ich freue mich jetzt darum. Friska, Willihoor! Ruhige Musik Ruhige Musik Ruhige Musik Ruhige Musik If I die now, I apologize to you forever For all the bad things I have done throughout the years If I die now, what is the point of all my memories? It won't be long until they're gone, you'll see If I die now, I am so glad that I have met you All my friends that I've had till the end Long and cold and close Close Oh 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 Ah ah Oh 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 It's time It won't Ever Go Slow Oh 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 Oh, oh, oh If I die now, it is not like I have planned it It was just too much for me to handle right now If I die now, I regret everything I did not do There's so much left for me to wonder about The long and cold end comes close Oh, oh, oh Aha Oh, oh, oh It's time it won't ever go slow Oh, oh, oh Aha Ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Applaus